Hallo, das ist Naruto 1986, jetzt willkommen zu Assassin's Creed Odyssey, zu Part 250 und jetzt machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben steig auf jetzt jetzt gehen wir erstmal hier schnell zum nächsten Aussichtspunkt hin jetzt haut doch mal ab hier oh ja, jetzt haut doch mal ab verdammte Axt nervt mich jetzt mal nicht hier ja, schön, dass ihr mich immer gewohnt habt, ihr Panner ich bin weg jetzt ciao ja, ja, ja klar wie so weit kann man eigentlich gar nicht zielen alter, seid ihr behindert oh, heil eure Backen ich suche mich hier, Alex, das kommt ja, ja ihr mich auch, alter hallo, jetzt verpisst euch doch ja, klar als ob man so weit hier hochziehen kann was Junge hör auf mich hier so abfacken zu müssen, ey mich mein hier abfacken zu müssen ja, komm haut doch ab jetzt missgestalten was sollst du ja auch nicht du darfst mich schon mal nicht mehr, alter so hat vor abgeschlossen der aphrodite so mal gucken wir mal jetzt sommer so eröffnet Jetzt bei Ausschalten, die hier sind Weil die mich alle gerade so am Neher abfacken sind Was sind denn die Dioden? Bestimmt So, jetzt schnappen wir schnell, Alter Und stirbt bis, Alter So, boah Das ist aber schuldig, die mir so auf die Nerven geht gerade Wir Penner Wir verdammten Nein Wozu ein Henker ist, ist dieses Scheiß Aussichtspunkt schon wieder da hinten Endlich Das ist so gar keine Ruhe Alter, was machst du? Jetzt Synchronisiert hier, Alter Na, also, meine Güte, nee Hier irgendwo vielleicht noch ein Ding Wow Ein Schmied, genau Das, was ich wollte Ein Schmied Okay, hier oben gibt es keinen Aber dafür hier unten Okay Boah, Alter, was es hier auch schon da Als es eine Mission gibt Ey, hör mal auf Das ist genial Komm schon, weil er geht Komm schon, weil er geht Okay So Ich bin froh, dass es hier wenigstens ein Schmied gibt Der verdammte Axt Und wir sind auch gleich beim Schmied Und hoch mit ihr Wenn es nicht alles geht Ich muss ein bisschen was verkaufen Von Rustrum und alles Wenn es nicht geht Klar Was soll ich machen? Bist du auf der Suche nach etwas Bestimmtem? Sag mal, was hast du für mich hier? Ein Material jetzt sozusagen Okay Okay Mmh-hmm So Erstmal kurz verkaufen. Das ist alles klar. Was ist das denn? Der sieht schon mal scheiße aus. Den brauch ich schon mal nicht. So ein scheiß Vorausschnitt gerade. Tut mir auch leid, klar. Das ist nur der normale beste Vorausschnitt. Diese mit so lieb ich mir auch auf. Und dann sowas wird jetzt Vorausschnitt. Ich tue schon ein bisschen alt für den Gucken, dass ich jetzt so viel von dem verkaufe. Das ist mir klar, weil... Ja, ich will auch sehr viel von diesen ganzen... Die waren es denn alles selten, klar. Und ich will natürlich auch sehr viel von diesen selten auch aufheben. Aber weiter, dann muss ich gucken, dass ich ein bisschen Geld machen kann damit. Weil das ist ja blöd, wenn ich kein Geld mitmachen kann. Ich brauche hier auch irgendwo ein bisschen Geld. Und wie soll ich das hier hat? So. Ich habe fast das erreicht, was ich brauche. Ich danke dir. Jetzt kommt es auch wieder ein neuer Aussichtspunkt. Und dann. Wie oder was, wo gibt es den Aussichtspunkt, hallo? Guck mal. Ja, greif jetzt mal. Geh ich mal kurz hier rüber. Und guck mal kurz dort, nein. Werden wir mal sehen. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Ich muss morgens sehr früh raus, das ist das Problem. Ja jetzt haut doch mal ab hier, Leute. Wir haben uns. Wir haben uns. Ja schön. Jetzt haut ab. Ja jetzt hüpfst du wieder. Voll mit dem 25 hüpfst du nicht oder was? Keiner. Also. So. So. Dann wende ich jetzt wieder. Wir sehen uns den nächsten Tag. Aber erst morgen. Gute Nacht. Ciao.